Sooo, okay. Also. Äh, ach so, okay. Candleys in Trace Hall. Chandeliers, was singt denn Chandeliers? Äh, The Flame. Ach, I thought I heard someone. Maybe it's just... Nee, 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 das war nicht bloß du. Du gehst hier mal ganz schnell raus, denn wir wissen ja schon, was da passiert. Äh. Wer ist, waren wir hier schon drin, ja? Hä, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ah, schade, okay. Ich dachte jetzt, äh, ja, nee, äh, nee. Um Himmels Willen, um Himmels Willen, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Alter. So. Was sind denn jetzt Chandeliers? Boah, was, was, was? Halt die Fresse, 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 halt die Fresse. Ah. Äh. Nee. Okay, vielleicht waren das, vielleicht waren das die Kronleuchter. So, dann wollen wir mal versuchen. Ja, halt die Schnauze, äh, was? Also versuchen wir erstmal vier, vier, sechs, was hab ich da geschrieben? Achso, zwei. Der Code doesn't seem to work. Okay, versuchen wir's nochmal. Dann versuchen wir mal vier, vier. Sieben. Zwei. Hä? Äh. 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 Dann versuchen wir mal... Sieben hatten wir da noch. Die vier. Die sieben. Okay. Versuchen wir es nochmal. 7, 4, 7, jetzt mal die 3. Ja, okay, dann versuchen wir mal 7, 4, 6, 2. 7, 4, 6, 2. Okay. 7, 4, 6, 3. Hä? Hallo? Wieso will das nicht funktionieren, ey? Ey, weißt du, ey? 6, 3. Warum nicht? Jetzt wirkt doch mal, ey. 6, 3. Also, ey, hallo? Ich probiere jetzt hier echt alles aus. Also, das, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Hm. Das ist ja doof. You send someone. Waaas? Mom's dresser. Lots of hard to read books. Hallo, 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 hallo. Ich bin's. Okay, äh. Hm. Lots of hard to read books. Hm. 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 Was kann man denn mit dem machen eigentlich gar nix? Okay. Code Memo, tja. Barrels in one's floor, East Hall. Was sind denn Barrels? Okay, Leute. Ich hab ne Idee. Ich, äh, beende die Aufnahme mal. Und mache mich mal ein bisschen schlau so, ne? Dann bis zur nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss.